Von der Leistung waren sie gut, keine Frage. Wir mussten uns auch erst mal finden, viele neue Spieler, viele junge Spieler. Die erste Halbzeit war ein bisschen schwierig, auch ein bisschen nervös angefangen, aber was auch normal ist, weil wir auch am Anfang der Vorbereitung sind. Die zweite Halbzeit haben wir halt ein bisschen umgestellt, lief der Ball auch ein bisschen besser, also im großen Ganzen 2-1 gewonnen, auch verdient meiner Meinung nach. Man merkt, die Automatismen führen immer mehr rein, die Jungspieler fühlen sich super rein, alle super Charaktere, also machen wir auch echt Spaß, mit den Jungs zu spielen. Wie gesagt, wir sind neue, neue Leute, dauert halt alles eine Weile, aber wir haben ja noch drei bis vier Wochen zum Saisonstart. Bis dahin müsste es auch alles reichen und es ist auch noch genug Zeit, bis dann schaffen wir es auch. Es ist immer schwierig, also Berlin-Liga ist halt immer ein bisschen anders als Landessieger, keine Frage, aber wir haben uns vorgenommen, wir haben gute Mannschaften, gute Mischung, wie gesagt, zwischen Alt und Jung schon, also erste, ober dritte ist schon unser Saisonziel auf jeden Fall. Also das war eine verdammt gute Leistung von der Mannschaft, war ein sehr starker Gegner und ja, Hut ab, Hut ab vor der Mannschaft und Hut ab auch vor den Fans. Ich denke mal ein paar Videos gibt es davon, aber war einfach ein geiles Spiel. Ich denke mal die Konzentration von bis zum Ende durchzuhalten, einfache Bälle zu spielen und gegebenenfalls leichte Gegentore vermeiden. Ja, natürlich, es gibt verdammt viel, verdammt viel, das heißt nicht viele, aber es darf fünf, sechs neue sein. Natürlich müssen wir uns erstmal einspielen. Wir haben jeden Tag Training oder jeden zweiten Tag Training. Ich glaube, irgendwann machen wir auch mal die Knochen nicht mit oder der Kopf und ja, trotzdem nochmal Hut ab vor der Mannschaft und das war einfach ein geiles Spiel. Ja, natürlich.